Und Tennis Wilfeld aus Rübeck, Schleswig-Holstein, war sein drittes 15er, 4-Halt-Sieger. Das ist eine klasse Leistung auch für ihn, aber klasse auch an Heiko, die hat ihn in die 10. hier absolviert. Bei uns sind alle Läufer und Wolfer gefragt. Goren Ufer hat den Ziel, der ist den 15er und Uwe Schulz noch ein 10er hier. Jetzt müssen wir schon wünschen, die anderen Rennen, die hat jetzt den Medizinschritt. Die 4-4-9-5, Antje Wintek, Kiel geht im Ziel, Rauske Eilert im Ziel. Und dann ist die nächste Läuferin hier, Dörte, Schuld, bei jedem 5. Täter. Ich glaube, der 2. 15er und die anderen kündigt, aber vorher noch ein 10er. Matthias Christ aus Sachsen, 3-Start, 16, es ging los. So, weiter geht's, Elke Christ aus Porgau, Freistaat Sachsen, der ist nächstes 15er hier, wo André, der ist noch nicht da, Anne Sprathe, der ist noch ein Ziel. Henry Mayer auf Bodenbödel, Schleswig-Holstein. Gisela, Gisela Zolle in dem Ziel. Die Regie wartet aufs Rheinweg. Ange Lehmann aus Hans Kalkingau, noch ein 10er hier. Barbara Krauser auf Berlin. Jawoll, die nächste hier, das ist Kerstin Hoch aus Büchen, bei jedem 5. 10er. Also, jetzt erwarten wir auch natürlich die 15. Läufer. Marion Reibrecht, also auf die 1. 15er Frau hier, Marion Reibrecht. Aus Berlin, das 4. Mal über 10 und das 3. Mal über 15. Die nächste Frau, der sich jetzt hier regiert, das ist Silke Kolkos aus Langebrück. 2. Mal über 10 und der nächste Mann, das ist Reg Schleufeld. Das ist ein 4. 10 Kilometer erlaubt hier. Und die nächste Gruppe hier gleich im Ziel. Maynard Schümann aus Kampo führt sie an. Ute Kaling aus Vordrhein-Westfalen-Dick. Andreas Kupan aus Schwerin. Und die nächste Frau ist Annika Hoffmann bei ihrem zweiten 10er. Corinne Henning bei ihrem 3. 4. 10 Kilometer erlaubt. Und Gerd Pika aus Berlin im Ziel. Elke Pika ebenfalls aus Berlin. Petra aus Kiel im Ziel. Tatjana Wagner. Es bezieht sich nicht nachher auf Schlag. Ilse Opitz aus Südersdorf. Aus Brandenburg 20 Mal dabei im Beziehen. Jörg Fein-Zierin im Ziel. Dixi Krumm, 30 Mal über 10 Kilometer. Magel Scholz im Ziel. Glückwunsch an Rita Lautsheim. Das 14 Mal über 10 Kilometer. Glückwunsch auch an Renate Koch. Das 7 Mal über 10 hier dabei. Und die nächste Frau ist Heidi Mikowski aus Rheinberg. 6. Mal dabei. Petra Klemmer aus Berlin das 5. Mal. Und da habe ich jetzt der nächste Punkt, der wird angekündigt. Von Ordnung. Vorher und Renate Schulke aus Rheinberg. Und Lommies vom Ziel entzielen bleibt. Christina Pittisch. Ich küsse dich Christina. Klaus Jürgens aus Schönhausen aus Sachsen-Anhalt. Ingeborg Herring aus Bootsdorf, Niedersachsen. Das 1. Mal über 10, aber auch schon 1x30, 4x15. Siegfried Unger, das 8. Mal über 10 Kilometer. Und Ralf Kuchmetzky auf Kinnau, das 2. Mal über 10. Die nächsten Frauen jetzt hier gleich im Ziel. Locker, wie wir es gewohnt sind. Beifall für euch hier. Das ist Lisa Deichert aus Dahlberg. Das 3. Mal über 10. Der dritte, über 15 Kilometer. Jens Olaf Delbs aus Leipzig. Gleichfahrt Sachsen. Jens Olaf Delbs aus Sachsen. Aus Leipzig. Glückwunsch für den Jens Olaf. Für den dritten Platz. Glückwunsch an Christina Haselmeier. Aus Dresden. Wir grüßen Sachsen. Mit dem Wort Vorkommand. Grüß Sachsen. Christina Haselmeier im Ziel. Wie gesagt. Michael Ulrich im Ziel. Hallo Michael. Das Räume, das Räume, das Räume auf der Brumpe. So kennt man ihn. Das ist ein Rund. Aber hier zeigt er, dass er auch Räume für den Ticken hat. Genauso wie Sabine Kogel aus Hamburg. Und Christoph Brauner aus Schwarzenberg. Das 4. Mal über 10. Mal. Das nächste Pärchen jetzt hier im Zielbereich. Und da seht ihr beim nächsten 15. Das ist Stefan Maxara aus Berlin. Das 10. Mal über 15. Der 4. Platz. 1x30. Kahl und Partie im Ziel. Der nächste 15. Das ist Jens Gratusch. Aus Spähaub. Aus Brandenburg. Das geht jetzt hier auch so auf Schlag auf Schlag. Jana Raab im Ziel bei dem 4. 10. Also die 15. Der kommt jetzt auch. Viola Böhne aus Holmengel. Da seht ihr die nächsten 15er Randsport jetzt. Das ist Katra Diesing. Aber das ist doch keine Frau. Das ist doch ein Mann vor einem Frau im Ziel. Der nächste 15er. Der nächste 15er. Das ist Michael Wilhelmsky aus Dreisfall. 10. Mal die 6. Mal die 10. 4. Mal die 13. Und hier kommen die nächsten Frauen hier. Locker im Ziel. Die nächsten Frauen hier. So wollen wir das sehen. Jawohl. Das ist die für Daniel. Sandra Koss. Sandra Koss im Ziel. Und wir sehen die auch noch. Jawohl. Und die nächste Frau, die jetzt hier denkt hier. Das ist Birgit Gleichbeck aus Franketelde aus Brandenburg. Gefolgt von Heike Wunderlich aus Rabensteinfeld. Das 10. Mal die wir zählen dabei. Und Beifall für die nächste Läufer hier. Der nächste Läufer. Das ist Heiner Reichelmann aus Bedemark. Fischelmann aus Fischelmann aus Niedersachsen. Herzlichen Glückwunsch. Die nächste Frau hier lächelt im Ziel. Das ist Ginos Ines Räuber aus Seehof. Glückwunsch. Der nächste Fischelmann aus Fischelmann. Der auch noch unter den ersten Zehnen ist hier. Das ist Gerd Fried Brüso aus Klein-Ernstorf. Das neunte Mal über Fischelmann. 7.30. Gefolgt von der nächsten Fischelmann. Das ist Pino Schöfner aus Rostock. Und noch ein Fischelmann. Erik Heim aus Libesse. Achte Mal dabei. Die nächsten beiden Frauen jetzt hier im Ziel. Das sind Barbara Neis aus Bettenholz von Nordrhein-Westfalen. Und Ehe Eva Marias Neis aus Mannheim Baden-Württemberg. Alle Bundesländer hier vertreten den guten Hass aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch auch an Michael Hollerland. Das nächste Mal dabei. Und Glückwunsch an die nächste Frau. Das ist Andreas Kummerröning aus München. Wir grüßen den Kreisstaat Bayern. Der nächste Fischelmann, Michael Dichow aus Gammeling. Und Steffi Flüse. Steffi Flüse jetzt im Ziel. Horst Tränkel. Das zweite Mal über 10. Aber herzlichen Glückwunsch, Horst. Die nächste Frau. Das ist Fito Ziske aus Hamburg. Glückwunsch an euch alle hier. Glückwunsch an Carmen Brombeck. Bei ihrem dritten Zehner 3x15 gewaltig. Glückwunsch an Elke Zabowski bei ihrem vierten Zehner. Und Glückwunsch an Regina Freiburg. Glückwunsch an Matthias Peske aus Halle. Wir grüßen Sachsen-Anhalt. Jawohl, der nächste Fischelmann hier. Ganz starke Leistung von euch alle. Das ist hier der nächste, die das Ziel der Ziele reingeht. Evelin Kühn zusammen mit Lothar Wilkner aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Der nächste Fischelmann, bevor noch Gabriel. Evelin Kühn aus Sassnitz, aus Sarnitz. Jawohl, hervorragende Leistung. Der nächste Fischelmann hier. Das ist die 2302. 2302. Das ist Robert Prahl aus Plate. 15 mal die 10, 14 mal die 10, 2 mal die 15. Und der nächste Läufer kommt hier Richtung Ziel. Das ist Jörg Lepin aus Rheinberg. Viermal dabei. Und der nächste Fischelmann, das ist André Marc aus Wismar. Wir grüßen Wismar. Wir grüßen Helmut Pekowski aus Rheinberg. 10 mal die 30 gelaufen. Sven Schenk aus Himberger, aus Niedersachsen. Hervorragende Leistung von euch.